aaaaaaah knack oh shit ja ich bin ja fast tot wäre vielleicht mal eine idee jetzt so ähm 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 gut huch ähm genau hiervon brauche ich jetzt nur 10 äh ähm hallo also was fehlt hier noch jede menge scheiß katerium ich hätte gerne das das dauert jetzt 5 minuten die forschung ok hm 500 schrauben 25 rotoren 50 rotoren ich brauche 50 rotoren naja gut naja gut dann wollen wir die auch nochmal eben bauen war dafür brauche ich auch wieder tonnenweise schrauben während ich jetzt eh warten muss eine pengdole halte ich wirklich schon für sinnvoll komm ich mach das mal anders wo bin ich hier ah ja ok alles klar ich mach das mal anders ich produziere ja schrauben kurz 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 ba au uuh Oh Gott, oh Gott, oh, hallo, hallo, oh Gott, oh, ja, dann fahr ich halt rückwärts. Egal, also, sind hier denn noch Schrauben drin? Also ich denke mal wahrscheinlich schon, ja, nicht so arschviele, aber da sind welche. Oh, nein, du sollst. Oh, shit. Oh, shit. Oh Gott, oh. Okay. So. Oh, warte, ich muss erst mal, ich muss erst mal dann mal gucken. Ja, wie viel ich brauche. Ähm, also, für den Scheiß. 500 Schrauben. Ich brauche noch Stangen und 50 Rotoren. Okay, dann holen wir mal zuerst die Stangen, weil die brauche ich ja auch für die Rotoren, wenn ich mich recht entsinne. So. Ah. Nix passiert, Alter. Gut, also, wir beginnen mit... Wieso kann ich nur 23 bauen? Ach ja, ich habe zu wenig... Ich habe natürlich zu wenig Schrauben. Überraschung. Ja gut, was soll's. Ich hätte doch alle Schrauben nehmen sollen. Vermutlich. Um. Ich brauche jetzt also noch 27 Und dann nochmal 500 Schrauben Ja gut, aber wir kommen voran Ich meine die Pistole, die ist schon sinnvoll Hm Ich gehe kaputt Ja gut, aber vielleicht habe ich es Ja, gleich habe ich es Dann muss ich aber gleich nochmal da zurücklaufen Und die restlichen 500 Schrauben da noch holen Weil Ich glaube ich habe da jetzt nicht so die Lust Die 500 Schrauben jetzt hier nochmal von Hand zu bauen Ich muss also zusehen, dass ich Mich auch um Rotoren kümmere Aber hey, wenn ich jetzt gleich sowieso nochmal hinlaufe Und mir die Schrauben hole Dann kann ich ja eigentlich auch mal gucken Um 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 Um